So, und jetzt habe ich aber doch noch Lust, weiter aufzunehmen, weil ich gerne hier mit dem Tunnel dann noch weitermachen will. Ja, da kann ich aber eigentlich doch mit dem Zauberstab arbeiten. Ja, ich muss nur dafür sorgen, dass ich genug Material im Inventar habe hier. Ha, genau, so, gut, Zauberstab wieder weg und Gleis verlegen. Noch ein Stück, so, da. Ja, okay, ja, dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt mal hier sowas da und machen uns hier mal einen schönen Eingang her. So, das sei der eine Eingang. Das alles an der Seite muss doch mit, da muss der Sand noch weg. So, da kommt der andere Eingang hin. Ähm, da wird der Sand weg, so. Nee, so. Nein, so. Das da und das da, so, okay. Oh ja, da aber auch noch. Das soll ja nicht auf Sand sein. So, also der Sand da unten ist ja, der ist in Ordnung. Ja, das lassen wir so. Dann kann ich hier an der Seite schon mal, da kann ich mal wieder die große Schaufel nehmen, oder? Ja, doch, das lohnt sich schon. Muss ich nur auf der richtigen Höhe dann machen. So. Naja, und dann den Rest wieder mit Sand ausfüllen. Ja, hau ich jetzt einfach weg hier. So, ich muss sowieso noch eine Menge Sand wegschaufeln, äh, wieder draufschaufeln manchmal. So und so. Nee, da kann der Sand ja schon bleiben. Richtig, da, nur da muss er weg. Okay, so. Und da auch gleich die Decke hin. Na, so. Okay, ich mach jetzt erstmal diese Wand hier auf der Seite fertig. Ja, da fehlt noch was. So, ein Sandstein mehr, äh, ist ja kein Problem. Kein ruhig. So, okay, und jetzt hier noch eine Reihe drauf. Das wäre erledigt. Gut, dann machen wir das auf der Seite auch gleich. Hm, da vorne fehlt noch was. Ich stehe wieder im Weg. Oh, jetzt hab ich keinen Sandstein mehr. Das macht nichts. Ich kann ja... Oh, doch, da ist Sandstein. Gut, dann mach ich keinen neuen. So, das wäre auch... Oh, Moment, hier. Wäre auch erledigt. Um die Fackeln kümmern wir uns da natürlich auch noch. Oh, das war schon wieder zu viel. Okay, so. Oh, das geht ja echt recht schnell. So, okay, gut. Ja, und dann... Jetzt müsste das doch eigentlich gehen hier. Da vorne ist auch zu. Das jetzt hast du nämlich mit dem Dingsmacher hier. So, mit dem Zauberstab. Und schon haben wir das Ganze dicht. Ich packe den mal gleich wieder weg. Nicht, dass nur noch Dummheiten geschehen. Aber wir haben jetzt ordentlich Material dahin gelegt. Und es ist natürlich schon wieder Nacht geworden. Ey, das ist unglaublich, wie schnell das geht. Also, ich verstehe das auch nicht so recht. Aber okay. Wo haben wir das Bett hier? Ich lege das gleich mal da vorne hin. So. Naja, gut. Wir schauen uns das morgen an. Ab ins Bett. Und dann schauen wir uns morgen an, wo wir da noch einkleiden müssen. So, erstmal das Bett wieder einsammeln. Der Tunnel ist ja so weit in Ordnung. Ah ja, hier. Da haben wir schon mal Sand weggeschaufelt. Okay, gut. Vor längerer Zeit schon mal. Du kommst aber wieder da hin. So, Sand. Da haben wir Sand. Okay. Mir geht das erstmal nicht. Da kommt hier Sand dahin. Ja, da braucht man irgendwie sowas wie einen Zufallsgenerator. Irgendwie so ein Werkzeug, das hier mit zufällig da was hinlegt. So, und dass es eben möglichst natürlich aussieht. Na gut, aber sowas haben wir eben nicht. Aber da werden wir hier wieder jede Menge Sand los. Ja, dann mache ich mal diese Lücke hier voll. So, da haben wir das auf der Seite schon mal. Das lasse ich mal. Da vorne fehlt auch noch was. Wie sieht es eigentlich da aus? Nee, da muss ich auch was hinlegen. So, da und da. Ja doch, da mache ich auch was hin. Und auch hier. So. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus hier. Kann man sogar da noch was hin machen? Ja, so. So, dann sieht der Eingangsbereich auf jeden Fall schon mal recht gut aus. Ja, und so geht es jetzt einfach weiter. Sieht mir eben da mal was hin? Man kann es ja gut auf der Minikarte sehen, wie das da aussieht. Wie gleichmäßig das Ganze da noch ist. Wir müssen auf jeden Fall mal die ganzen Sandsteine jetzt bedecken. Das ist auf jeden Fall mal das Erste. Das da vorne aber, das können wir lasten. Okay, so. Ja, und dann müssen wir das Ganze angleichen. Am Eingang und Ausgang des Tunnels, da wird das natürlich ein bisschen gerade aussehen, aber das ist ja in Ordnung. Okay. So, damit wäre der Sandstein schon mal bedeckt. Das ist schon mal gut hier. Ja, okay. Kann ich denn... Also hier sieht es natürlich sowieso künstlich aus. Ja, das ist klar. Aber das ist ja auch schon länger so. Ja, dann wäre es doch sinnvoll. Das sieht hier auch so mehr oder weniger künstlich aus. Ich weiß nicht, ob ich hier auch Sand abgebaut habe. Das kann schon sein. So, das zu. Hier ein bisschen Raum. So, das ist ja auch so. So, so. Dann hier noch ein bisschen was hin. Und jetzt hier noch oben drauf. Moment, so. Oh, ja. Jetzt wird es aber auch Zeit hier, so langsam mal Schluss zu machen. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Dann reicht es aber auch wieder. Jetzt habe ich den Tunnel dann noch fertig gemacht. So, und da noch was in der Mitte obendrauf hier. Oh, hier haben wir noch so ein langes Stück. Ja, das geht nicht. Das müssen wir noch auffüllen. Und ich habe aber noch Sand. Also von daher. Ja, gut. Na. Okay, ich glaube, das reicht jetzt. Also mit Sand und für die Aufnahme aber auch. So. Oh, jetzt habe ich keinen Sand mehr. Doch, hier ist noch was. Hier ist noch ein bisschen. Also wie sieht das jetzt aus hier? Ah, das sieht man aber schon hier noch, oder? Oder täuscht das? Ach so, ja. Hier ist sowieso eine gerade Kante. Dann wäre es aber sinnvoll hier. Das so konsequent weiterzumachen. So, wie es mal war. So, und auch hier noch. Das ist so aussieht wie, na, so wie vorher eben auch. Da wurde dann eben mal eine Sand einen großen Stiel abgebaut. Und deshalb sah das eben, oder sieht das eben so aus. So, jetzt gebe ich aber tatsächlich der Sand aus. Ja. Okay. Ja, aber das passt nicht. Das hier muss ich noch vollfüllen. Kann ich da drüben? Nee, da will ich keinen Sand abbauen. Aber wo kann ich denn sonst Sand abbauen, ohne dass es auffällt? Ähm, gar nicht. Ich werde hier einfach... Ach nee, Moment. Falsch, das ist ja. So, den Wegpunkt neu setzen. Ja, nein, nein, nein. Nicht Teleport. So, auf 69 hier. 52... Ja, das kann bleiben. 1607. Okay, so, bestätigen. Oh, ja. Hier. Deaktivieren. So, ab ins Lager. Sand. Oh, aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe da eine Idee. Wir sind ja hier nicht weit weg von dem Gebäude hier. Von der Hütte da. Und da war doch auch noch was drin. Ich weiß jetzt nicht, ob da auch noch Sand drin war, aber ich glaube schon. Ziemlich viel. Den könnte ich ja auch mal leeren. Guck mal hier, wir haben sogar einen Teleporter. Toll, ein Block Sand. Nee. Okay. Und hier, nee, auch nichts. Wo fühlt uns der Teleporter hin? Nirgendwo hin. Okay, gut. Dann müssen wir uns also doch so teleportieren. Noch etwas Sand holen. Oh, da. Was auch. Und wieder zurück. So, jetzt müssen wir schauen, wo was hin muss. Da, genau, da sind diese Lücken. Die müssen noch zu. Lass mich doch da hoch. So. So, wie sieht das jetzt aus hier auf der Minikarte? Also, von hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Mit der Minikarte sieht man eben, sieht es auf der großen aus. Das sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Ja. Okay, gut. Dann sind wir fertig für heute. Ah, nee, halt. Sind wir noch gar nicht. Wir müssen noch ein paar Fackeln setzen. Okay, machen wir eben. Na ja, da fängt Sand nach. Ja, klar. Toll. Ja, gut. Und da muss der Sand auch. Da fängt natürlich auch Sand nach. Na, da setzt sich Sand rein. Nein. So. Ja. Nutzt halt alles nichts. Okay. Hier fängt auch Sand nach. Dann setze ich mal. Ja, doch hier so. Ah, nein. Da fängt auch Sand nach. Ja, es fällt lieber Sand nach. Ja, hier so, genau. Und dann machen wir das hier nochmal. Dann habe ich aber auch genug. So. Sand wegschaufeln, Sand wegschaufeln. Da drüber Sandstein. Und da, nee, und hier da unten. Deine Fackeln. Ja, aber das reicht auch. Okay, das ist gut. Dann setzen wir da noch Sand hin. Da habe ich ja das ganz vergessen, hier das zu verkleiden. Okay, aber so kann das bleiben. Und dann war doch hier noch was. Oh, ich weiß es nicht. Wo war das denn? Hier? Da? Hier war das. Okay. So. Ja. Damit ist aber jetzt Schluss. Ich laufe schnell nochmal nach vorne in diese Hütte da. Oh, so. Okay. Schluss für heute. Und ich werde noch ein bisschen das Inventar ausleeren. Nach der Aufnahme. So. Reinde. Habe ich da noch Platz? Ja, ein bisschen Platz ist da noch. Und das da räume ich auch weg, weil wir das hier nicht mehr brauchen. So. Okay, liebe Leute. Da war ein langer Tag heute. Viel aufgenommen. Aber dafür haben wir auch viel geschafft. Beim nächsten Mal geht es dann weiter hier mit... Hier da. Da müssen wir noch eine Brücke bauen. Hier dann noch den Tunnel. Ja, dann müssen wir uns hier um den Anschluss kümmern. Okay, aber das alles in den nächsten Folgen. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.